ARD Text im Auftrag von Funk Heidi! Heidi! Wer kann meine Schlaf warten? Du Britte! Wie schön! Ich bin in Tanten aus Frankfurt. Jetzt ist höchste Zeit, dass es eine rechte Erziehung bekommt. Das sind Britte. Heidi! Lass mal die Nase nicht hängen. Das soll das Kind sein. Wie heißt er denn? Heidi. So heißt man doch nicht. Unterricht beginnt 50, 9 Uhr. Ja, du bist klarer. Ich mache mir keine Illusionen. Ich muss damit rechnen, dass mein Kind nie mehr gehen kann. Adelheit Laster. Papa will, dass sie Heidi genannt wird. Es ist viel schöner, seit sie hier ist. Ich bitte dich schicke Heidi nicht fahren. Um Gottes Willen. Was hattest du auf dem Dom zu tun? Ich habe Berge gesucht. Berge? Ich will zurück zum Grossvater. Von seinen Hütten aus sieht man alle Berge. Der Grossvater hat zwei Geisschen. Schwänchen und das Bärchen. Ach, wenn ich doch gehen könnte. Das möchte ich auch einmal sehen. Das Kind gehört nicht in die Stadt. Das Kind gehört in den Berg. Pornjau! 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 Bis zum nächsten Mal.